Wenn du die Botschaft aus diesem Video verinnerlichst, dann wirst du nie wieder mich oder irgendeinen anderen spirituellen Autor, einen Lehrer oder Begleiter benötigen, um Sinnen, um Antworten oder die Wahrheit zu finden. Ich wünsche mir nicht, dass du mir folgst. Ich wünsche mir, dass du dir folgst. Freiheit verbirgt sich nicht in einer spirituellen Lehre, in einem Glaubenssystem oder einem Guru. Freiheit ist, frei von allem zu sein, worin du die Freiheit fälschlicherweise verborgen glaubst. Diese Erkenntnis ist es, durch die sich dir die Freiheit offenbart, die du bist. Ich selbst habe mir immer tagtäglich Videos über Spiritualität angesehen. Ich habe mir Podcasts angehört, ich habe Bücher gelesen, an Kursen teilgenommen und Seminare besucht. Ich habe mein ganzes Leben meiner spirituellen Entwicklung gewidmet. Bis ich erkennen durfte, dass ich das Ziel meiner Reise weder in den Errungenschaften unserer modernen Gesellschaft noch in traditioneller Spiritualität finden werde, weil ich unabhängig von allem, was ich habe, was ich tue und woran ich glaube, allgegenwärtig bin, was ich suche. Diese Wahrheit wird für dich als spirituell erfahrenen Menschen nicht neu sein. Es ist das Destillat aller traditionellen Glaubenslehren. Doch wenn wir diese Erkenntnis nur als einen fremden Glauben anzunehmen versuchen, wird sie in unserem Kopf vertrocknen. Wir wissen nicht wirklich, dass wir sind, wonach wir suchen. Wir glauben es vielleicht, weil wir es in einem spirituellen Buch gelesen haben oder von einem weißen Mann mit Bart und Mittelscheitel gehört. Doch wir spüren es nicht. Das Gefühl ist nur ein toter Gedank, weil es nie durch eine eigene Erfahrung belebt wurde. Erst wenn du selbst erkennst, dass du bist, was du suchst, wird diese Erfahrung in dein Herz sinken und dir neues Leben spenden. Das ist die wertvollste Erkenntnis, die ein Mensch haben kann. Es ist eine Erkenntnis, die auch du, unabhängig deines Glaubens, wer du bist, wo du stehst und wohin du gehst, allgegenwärtig erfahren kannst. Bitte schließe für einen Moment deine Augen, atme tief ein und langsam aus. Lass deine Aufmerksamkeit von deinen Sinneswahrnehmungen, deinen Gedanken und deinen Gefühlen ab, sodass du sie zurück zu deinem Sein sinken lassen kannst. Gib dich der einfachen Erkenntnis hin, zu sein. Verweile in dem existenziellen Wissen, ich bin. Was spürst du, während du ohne Gedanken hier und jetzt einfach nur bist? Wie fühlt sich Sein an? Wie ist es zu sein? Ist es anstrengend, schwer und bedrückend? Oder friedlich, leicht und frei? Bitte öffne wieder deine Augen. Du hast gerade selbst erfahren, dass dein Sein friedlich, leicht und frei ist. Was musstest du für diesen Frieden, die Leichtigkeit und die Freiheit tun? Ich habe dich anfangs gebeten, deine Augen zu schließen. Musst du deine Augen schließen, um zu sein? Bist du mit offenen Augen nicht mehr? Anschließend wollte ich, dass du tief ein- und langsam ausatmest. Kannst du auch sein, wenn du nicht tief und langsam atmest? Hörst du auf zu sein, wenn du flach und schnell atmest? Danach habe ich dich gebeten, dich von deinen Sinneswahrnehmungen, Gedanken und Gefühlen abzuwenden. Endet dein Sein, wenn du siehst, hörst, riechst, schmeckst und tastest? Ist dein Sein zu Ende, wenn du denkst? Bist du nicht mehr, wenn du fühlst? Hast du je irgendeine Erfahrung ohne dein Sein erlebt? Oder ist dein Sein in all deinen Erfahrungen allgegenwärtig? Diese Erkenntnis kann trotz ihrer enormen Kraft eine berechtigte Frage aufwerfen. Wenn dein Sein in all deinen Erfahrungen allgegenwärtig ist, wo sind dann der Frieden, die Leichtigkeit und die Freiheit, wenn du auf der Arbeit unter Stress bist, wenn du dich mit deinem Partner streitest oder wenn deine Kinder dich herausfordern? Dein Sein und somit auch dein Frieden sind auch noch in stressigen Situationen und unter hohen Widerständen präsent. Du bist das Zentrum deiner Erfahrungen. Du kannst nichts ohne dich erfahren. Doch wenn der Vordergrund deiner Erfahrungen, die Ereignisse in deinem Leben, deine Gedanken und Gefühle besonders bewegt sind, dann richtet sich deine gesamte Aufmerksamkeit auf sie. Du siehst nur noch die herausfordernde Form deiner Erfahrung, sodass du dein formloses und friedvolles Sein im Hintergrund deiner Erfahrung übersiehst. Wenn das Drama in einem Theater seinen tragischen Tiefpunkt erreicht, dann richtest du deinen Blick auch ausschließlich auf die Schauspieler, sodass du die Bühne zu übersehen scheinst. So vergisst du für einen Moment, dass das Schauspiel nicht real ist. Stattdessen verlierst du dich in dem Schauspiel und leidest mit den Charakteren mit. Tatsächlich fällt dein Blick jedoch in jeder Szene unausweichlich auch auf die Bühne. Die Bühne bildet den Boden für das Theater. Du kannst dir das Schauspiel gar nicht ansehen, ohne auf die Bühne zu blicken. So wie du nichts erfahren kannst, ohne zu sein. Wenn dich das Theater des Lebens mit sich reißt, dann musst du den Saal nicht verlassen. Du musst dich nicht von der Gesellschaft abwenden. Du musst auch nicht die Augen vor dem Theater verschließen, in dich kehren und einer Achtsamkeitsübung folgen. Du musst nichts tun, um zu sein. Du musst deinen Blick nur wieder von dem Schauspiel im Vordergrund deiner Erfahrung zurück zu der zugrunde liegenden Bühne deines Seins sinken lassen. Du musst noch nicht einmal deine Aufmerksamkeit von dem Schauspiel auf die Bühne richten. Du musst nur die Anspannung deiner Aufmerksamkeit aufgeben, sodass sie sich entspannt und von selbst zurück auf die Bühne deines Seins fällt, die dem Theater deines Lebens zugrunde liegt. Frieden, Leichtigkeit, Freiheit und all die anderen spürbaren Eigenschaften, nach denen du dich sehnst, entstehen weder durch eine Meditation noch warten sie nach der Auflösung deiner Blockaden. Dein Sein ist kein Zugang, der blockiert werden kann. Deswegen musst du dich auch nicht erst durch eine spirituelle Entwicklung öffnen. Was muss die Bühne tun, um frei von dem Schauspiel zu sein? Nichts, was auf der Bühne stattfindet, kann die Bühne berühren. Die Bühne ist der Boden von allem, was auf ihr stattfindet. Als dieser Boden ist die Bühne unantastbar. Sie muss weder etwas hinzugewinnen, noch muss sie etwas loswerden, um auch während des Theaters friedlich und leicht und frei zu sein. Es ist ein einziger Glaube, dass du Frieden, Fülle oder Liebe erst durch die Arbeit an dir erreichen musst, der dich von ihrer Erkenntnis als dein allgegenwärtiges Wesen fernhält. Du musst dich nicht noch weiterentwickeln. Du musst weder deine Vergangenheit aufarbeiten, noch musst du deine Zukunft manifestieren. Du musst dir nur erlauben, deine unendliche Suche endlich zu beenden. Lass deine Aufmerksamkeit in deinem hintergründigen Sein ruhen, statt sie ununterbrochen ausschließlich auf den Vordergrund deiner Erfahrung und allen voran deinen Gedanken zu richten. Anfangs mag es von dem Schauspiel hin zur Bühne noch wie ein Blickwechsel wirken. Nutze die Anleitung vom Anfang dieses Videos. Schließe bei Bedarf deine Augen, atme einmal tief ein und langsam aus. Lass deine Aufmerksamkeit von deinen Sinneswahrnehmungen, von deinen Gedanken und deinen Gefühlen los. Werde dir deines Seins bewusst und spüre so deinen Frieden. Mit jeder Rückkehr in diesen Frieden wird er dich auch noch nach deinen Aufenthalten weiter auf deinen Reisen begleiten. Bis du schließlich auf all deinen Reisen in Frieden ruhst, weil er das Zuhause ist, in dem du verreist. Du bist, wonach du dein Leben lang vergeblich in einer Beziehung, einer Berufung oder der Spiritualität gesucht hast. Dein Sein ist Frieden, Leichtigkeit, Freiheit, Offenheit, Verbundenheit und Liebe. Nichts, was du tust oder dir getan wird, kann dich von dem fernhalten, der du immer bist. Die Antwort der Sinn oder die Wahrheit, nach der du suchst, ist, wer du hier und jetzt unantastbar, untrennbar und allgegenwärtig bist.